Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Busfahrt 1990 und heute bin ich hier am ehemaligen Haltepunkt, S-Bahn-Haltepunkt Büsseldorf Flughafen Terminal E Das Terminal E war ein provisorischer Flughafen, ne Quatsch war ein provisorisches Terminal und diente die Abteilung während der Bauarbeiten des neuen Terminals Im April 1996 brannte der Flughafen von Lissendorf leider aus aufgrund von Schweißarbeiten und aus diesem Grund hat der Flughafen Lissendorf hier in der Nähe ein provisorisches Terminal, nämlich der Terminal E, aufgebaut und auch eröffnet und während der Bauarbeiten war das im Betrieb und nachdem sich der Flugverkehr wieder am bisherigen Standort normalisiert hat, wurde das Terminal E abgebaut und tatsächlich wurde auch der Haltepunkt geschlossen und jetzt waren die Züge wieder komplett durch bis zum Flughafen Terminal Bahnhof das ist ein Tiefbahnhof unter dem Parkhaus 3 und dieser Haltepunkt ist jetzt leider nicht mehr in Betrieb und ein Teil des Bahnsteiges wurde durch den Bau, der so nötig ist, gelegen hat da ist die Skytrain, die wir so passagieren, auch die Flughafen ist super, zwischen von Körmönüll zum Flughafen Fernbahnhof und die er auch wieder zurückbringt, da kommen schon der Gegenzug, da ist der Betriebshof vom Skytrain und die Bahn wurden von Siemens gebaut und bis heute auch gewartet, denn der Betriebshof gehört Siemens und die Nutzung des Skycats ist beimpflichtigt, in Frankfurt zum Beispiel muss man das nicht zahlen Schau mal, der Unterprochner, der Unterprochner, der Barschnerkurs wird jetzt unterbrochen durch die Züge dahinten, durch die Säulen durch die Züge von dem Skytrain und deshalb wird das Unterprochner unterbrochen und man darf auch nicht mehr draufdehen, ich würde so gerne draufdehen, aber man darf es leider nicht mehr sehr schade, ich denke auch, ich weiß nicht warum denn, da der Skycats, da der S-Bahn hier durchfährt und es einfach gar keinen Grund gibt, hier die Station in Gebühr zu eröffnen, außer für uns Trainsport, da wäre die Station wirklich genial hier fährt noch die S-Bahn und im Hintergrund der modernen, für führerlose, Führerlose, Skytrain dann ist das der Vollautomatische, Skytrain und damals fuhr hier noch die S7, von Sony und Onix bis zum Bezug auf den Terminal und jetzt fährt hier die S11 und ein paar Regularexpresszüge aus Aachen, aus Düsseldorf, aus Köln und teilweise auch aus Süßburg, Münster, wenn irgendwo die so verarbeiten, die S-Bahn hier wenden, die so einen Schattelbusse, die jetzt leider nicht mehr fahren, von dem P-Crantz ne, von dem P-Crantz, aber der P24 egal, Hauptsache, ist das zusammenzeit Schwerfahrplatz und hier kommt man nur noch mit dem Fahrrad hin, oder eben zu Fuß, oder mit dem E-Scooter im Auto kommt man theoretisch auch hier hin, alle die sich zu fahren, für Autos gesperrt außer, man fahrt auf P, auf diesem P-Crantz-Alper und läuft hier das Stützchen hier schade, dass ich hier wohl reifen wollen kann und gerade irgendwie schlecht ist, hier nimmst 2, leisig der Bahnsteigend ist nur 1,0 und holt hier nur in Richtung Zughafen an wo er angefahren ist und nicht aus dem Zug wieder in Richtung Düsseldorf Hauptbahnhof jetzt war es, hier war nur quasi eine Aufstiegsreitestelle für die ganzen Flutgäste und das war es auch schon mit dem Video, bis zum nächsten Video, tschüss das ist die Tour, das ist das P-Crantz-Alper und darauf würde sie ja nie, auf keinen Fall parken, weil wir ja nur so den, nur so den Wende haben, aber im besten Fall fahrt einfach durch denn hier muss man 20 Euro pro Tag zahlen und es gibt gar keinen so Sturm in Paris und eigentlich kommt man auch mit der F-Bahn nicht hier hin und dann hier raussteigen und dann rumlaufen und das Einzelne ist da eine Begiftung von der, hier vom, hier vom Skytrain und da unten waren wir grad, da unten war ich grad eben, da hinten ist da wo die so Skytrain jetzt ist und da keine Wende schleifen sind die so Shuttle-Busse, die heute leider nicht mehr fahren und dann die unterbrochene Bahnsteine, äh, der ist der unterbrochene Bahnsteine, der von Iman-Hallebund-Türfe auf dem Flughafen Terminal E aus, von oben aus jetzt sehen und gleich wenn wir auch da rüber fahren, dann werde ich da rüber auch ein, hier weiter Teil des Videos und das war es auch schon, und bis zum nächsten Teil Die, dem Flughafen Terminal E mit dem Flughafen, aber ich glaub du bist grad so weit und bis zum nächsten Teil Und da hoch, da, stattdurch so hoch und durch zum nächsten Teil Abzug fahren, wir haben echt der Hammer Wir können nicht mehr. Aber wem jetzt weiter rausfahren So, wenn ich da weiter schneide. Ich habe mir die Aufnahme gesagt, dass man fast los geht, ob ich das halt nicht schon wach habe, weil da ist kein Spunsch-Stunden-Tarifer, die ist über Montage-Tarifer. Das zeichnet dann 20 bis 30 Euro oder so. Wie ich jetzt mal schon sagen, ich bleibe ich vorhin, wenn ich da saß, das ist eben dort, wo man weiß, dass das mir steht die Spunsch-Stunden. Das war für mich nicht irgendwo zu der K ascende. Wie ich die Spunsch-Stunden habe, Ich sehe die Knie schon mal ein Gehirn. Ich bin sehr, sehr gut. Ich bin sehr, sehr gut. Jetzt noch raus und narriert mich. Ich bin sehr, sehr gut. Untertitelung des ZDF, 2020